hallo und willkommen zurück zum minecraft one block so hat sich offline noch ein bisschen was getan dadurch dass ich jetzt eigentlich nur die blöcke gefarmt habe und da hinten habe ich mal ein portal aufgebaut ich habe mir gedacht das war am haus ist weiter bauen und nächste folge wir mal ins nether gehen gucken wie es da drin aussieht ich werde dann offline wieder hier nebendran ein zwei häuser bauen dafür muss ich wieder viel farben wegen erde und so ne da will ich schon die villager hin machen da wir ja hier zwei dorfbewohner spawnex haben ja und durch das farm von den blöcken kamen auch schon ein paar tierchen raus wie zum beispiel hier unseren hund dann hätten wir hier schon ein panda und eine pilzkuh ich habe mich schon mal hier vorangebaut wie man schon sieht auf allen seiten weil ich wollte unbedingt noch wissen ob es irgendwo hier in der nähe noch block gibt aber ich habe bis jetzt noch kein entdeckt gut bevor war aber unsere unsere bude unsere bude weitermachen und ich erst mal hier gucken was in dieser kiste ist weil da habe ich nämlich ist noch nicht reingeguckt ich hoffe dass was gutes drin die wege zu den anderen häuser oder was auch immer das darstellen soll sollte ich auch offline machen so dass wir nur gucken dann was da drin ist weil ich denke mal dass überall so tonen drin sind so jetzt haben wir jetzt zwei bücher einmal reparatur das ist schon mal nice und unendlichkeit das ist gut das könnte man für den bogen gebrauchen hätte man endlich schuss und repariert sich automatisch das wäre ja schon mal nein jetzt darf ich nur nicht sterben sonst ist es nicht weg ja ich habe noch viel vor ich habe auch noch hier nachts mal die blöcke gefarmt aus einem bestimmten grund ich wollte erstmal hier rein dass es safe ist das waren das andere buch noch mal kraft könnten wir auf dem schwert drauf machen soll ich sagen genau ich habe hier nämlich doch gegen monster gekämpft da wollte ich nämlich nicht ausmachen könnten wir vielleicht in so einer folge nur mit angeln machen mal gucken das ist jetzt anzuregnen so da hätten wir schon mal die normale angel so das nächste was ich machen wollte ist einmal hallo also alles was hier ist rumpf leuchten und kräuscht hier wollte ich eigentlich fürs essen machen aber irgendwie verliere ich keinen essensbalken hier warum auch immer so ich wollte noch gucken dass ich genau das krieg jetzt muss ich gerade mal gucken wie viele ich noch mal brauche unser feuerzeug eisen hätten wir auch schon dann haben wir nämlich da hätten wir auch schon feuerzeug da könnte man mich noch eisen bisschen schmelzen gleich wieder hier rein rolle alles schön sortiert hier so weit wie es ging so kies brauchen wir erstmal nicht mehr das kann auch weg so dann halt ach da habe ich letztens schon angefangen das ist gut da können wir nämlich jetzt schon mal ein feuerzeug craften so dann überlege ich schon ob wir schon ein bisschen ja komm wir fangen schon mal an ein bisschen hier rüstung herzustellen damit wir schon mal was haben na guck mal da kann ich schon alles fertig machen zack 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 dann tun wir am besten weil das will ich dann in der nächsten folge ja machen machen wir das besten hier in diese kiste rein damit wir auch gleich wissen was sache ist und hier habe ich schon angefangen noch einen weg zu machen das will ich schon ein bisschen ausweiten da will ich nämlich ein paar bäume hinstellen weil ich habe nämlich hier durch das abfarben schon ein paar setzlinge gekriegt ich glaube wir müssen schlafen was wollte ich machen ich wollte mit dem haus weiter bauen dann machen wir das erstmal weiter wie gesagt das haus das wird ganz einfaches haus machen wir jetzt nicht groß rum nur dass wir dann geschützt sind falls mal irgendwie irgendwas böses kommt hier das wollen wir ja nicht so ist es noch mal gucken dann machen wir noch eine höher wir machen jetzt einfach ganz stinknormales flach da weil dann können wir später immer noch falls wir noch eine etage drüber machen wollen können wir dann hier noch was machen weil das hatte ich wahrscheinlich eh vor weil wir machen es erstmal dicht dass es nicht mal rein regnet ich glaube wir müssen schlafen aber da ist keine lust gegen monster zu kämpfen hier und schon hört es auf zu regnen wunderbar das lassen wir dann hier so zu dann machen wir nämlich hier nein müssen wir doch da machen weil ich hatte nämlich vor gehabt unser lager dann auszubauen dass dann hier die komplette etage nochmal ist aber auf beiden seiten ein riesen lager weil ich weiß ja nicht was wir dann noch alles kriegen so machen wir erstmal so eine reihe weil die steine die werden eh nicht reichen aber da haben wir noch genug steine ich weiß zwar nicht was ich hier mit alles machen soll so viel wasser brauche ich auch nicht weil da haben wir ja schon zwei unendliche wasserquellen mal gucken so jetzt nicht mehr erstmal ein bisschen rum hier wenn man gleich hier in der obersten stufe dann ist unser haus wenigstens schon mal fertig ja und wegen dem phantom immer schön schlafen weil nach drei tagen kommen sonst die phantome das sind diese schönen flügelfiecher und greifen dich von oben an das war ja zu viel dann machen wir hier draußen nochmal eine komplette etage das ist ein riesen lager und da geht dann schon was ich weiß nicht ob ich da ein fenster rein knallen werde weil dann können wir alles hier verteilen das ist vielleicht besser so verballern wir jetzt erstmal noch die restlichen steine aber damit wir schon mal wissen dass wir hier ja noch höher bauen wollen jetzt wieder verpeile hier aber mal gucken vielleicht werde ich das auch offline machen jetzt müssen wir nur gucken wo wir dann wo wir dann hochkrabbeln wo wir dann hochkrabbeln gut dann brauchen wir jetzt leiter das ist egal aus was wir das machen ah da brauchen wir nur stücke ok ich glaube drei stücke reichen dann auch schon die erste lassen wir frei so kommen auch nämlich keine zombies hoch oder andere viecher so dann haben wir hier unser riesen lagerraum müssen wir dann halt ein bisschen ausleuchten das machen wir hier dann glaube ich auf dem boden damit wir das komplett ausnutzen können so dann werden wir hier dann weiter bauen für unsere villager die wir nebendran machen dann machen wir zwei stück erstmal zwei häuser dass wir gleich für die beiden was haben was los sorry ja holz haben wir erstmal genug könnten theoretisch auch für die villager häuser aus holz bauen aber erstmal brauchen wir genug erde wenn wir mit dem platz haben das brauchen wir erstmal nicht das leder hätte ich gut brauchen können aber egal 17 mal erde reicht noch lange nicht so gucken wir mal na hühnchen oh da war ich zu langsam siehst du da fehlt noch einiges oh warte mal jetzt habe ich glaube ich einen Fehler gemacht jo ich hoffe wir kriegen das noch natürlich nicht egal das wird ja dann aus holz gemacht so das tun wir hier gleich alles wieder verarbeiten in holzbrettern zack 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 und zack die haben spaß ne gut so dann machen wir noch schnell eins das tun wir erstmal alles weg hier zack und das und das obsidian haben wir auch genug keine ahme was ich damit noch machen könnte man eigentlich auch so eine hütte bauen mal gucken so dann ich glaube wir machen schon mal eins die zwei nehmen wir schon mal mit so da haben wir schon mal unser portal da könnte man eine terrasse machen hmmm hmmm Gucken wir mal raus holzboden so warte mal das packen wir erstmal hier rein und dann tun wir noch Ende vom Lied, beziehungsweise in der Folge, tun wir noch ein bisschen Angeln. Müsste ja eigentlich gut gehen. Ja, ein kleiner Tipp, das habe ich glaube ich bei der normalen Minecraft-Folge auch schon gesagt. Wenn man da einen Fisch rein macht, kommt es schneller am Fisch. Warum auch immer. Das Problem ist halt nur, hier werde ich keine Fische bekommen. Da muss ich mal gucken. So, es wird dunkel. Oh, hier müssen wir auch noch beleuchten. So, Fisch. Kühnchen. Jo, ich muss schlafen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge und gucken uns mal, mal beim Bier nochmal zum Netter, ne? Gut, bis dahin. Ciao, ciao.